Hallo, mein Name ist Andreas Miltner. Ich bin Standortleiter für den Standort Lübeck, leite die Mensa seit jetzt etwas über zehn Jahren. Die Mensa bietet durch die breite Fensterfläche eigentlich einen schönen Blick auf den Campus. Gegenwärtig wird zwar viel gebaut, aber wir haben aus verschiedenen Blickwinkeln einen schönen Blick in den Karlebachplatz. Wir freuen uns, wenn ihr zum Mittagessen kommt und gerne ein positives Feedback hinterlasst. Ihr könnt mich persönlich ansprechen, ihr könnt ein Feedbackformular ausfüllen oder auch auf der Homepage uns Rückmeldungen geben. Für Kritik und Anregungen bin ich offen und freue mich über jede Rückmeldung. Ich bin Standort Lübeck und Anregungen, die in der Lübeckung mit der ganzen Worte und die Kugelmeldungen sind. Ich bin Standort vor, dass der Kugelmeld, die Kugelmeldung in der Kugelmeldung wird, aber auch auf der Kugelmeldung. Ich bin Standort oder die Kugelmeldungen, die Kugelmeldung, die Kugelmeldung. Mein Name ist Christiane Hinz. Ich bin die Leitung der Kindertagesstätte für Studentenkinder in Lübeck. Wir betreuen insgesamt zurzeit 63 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren. Am Standort können wir die kurzen Wege wunderbar nutzen. Wir sind vernetzt mit der TH, mit dem Junior Campus. Das ist eine Organisation, die den naturwissenschaftlichen Bereich, schon den Schulkindalter, den Kindern näher bringt. Das ist ein ganz kurzer Weg hier bei uns. Wir haben kurze Wege, eine schöne Umgebung mit Spielplätzen im Hochschulstadtteil zum Campus. Zum Mensa ist es auch nicht weit. Auch die besuchen wir gerne mal. Und das bereitet uns allen sehr viel Freude, die Kinder auf dem Übertritt von Kita zur Schule zu begleiten.